kraft 90 gaming ist am start heute habe ich ein weiteres video für euch heute zeige ich euch wie eure autos in der farbe nado grau von audi lackieren könnt ist jetzt kein richtiger irgendwie farbglitch oder so also die farben gibt es schon hier von rockstar original ich persönlich finde halt dass rockstar da so ein bisschen hinterher hängt was die lackierung betrifft da könnte eigentlich meiner meinung nach durchaus mehr verfügbar sein wir gucken jetzt einfach mal wir fahren einfach mal zum los santos customs zu eurem tuner des vertrauens so wenn ihr dann angekommen seid fahrt ihr natürlich einmal kurz rein ist jetzt wie gesagt kein glitsch oder irgendwas spezielles geht auch ruckzuck ist halt so eine farbkombination so seite angekommen fahrt hier rein dann gehen wir einmal auf lackierungen dann wählen wir als erstes die primärfarbe gehen auf metallic dann suchen wir einmal stein silber stein silber danach geht ihr auf perleffekt jetzt könnt ihr euch aussuchen ob ihr grafit carbon schwarz oder halt schwarz wählt ich nehme in dem fall jetzt carbon schwarz ich finde das passt am besten wenn ihr ein auto hat was noch eine sekundärfarbe hat geht ihr da auch noch mal drauf dann auf metallic stein silber und dann habt ihr das ganze schon ich persönlich finde passt richtig gut so die farbe es gibt keine andere farbe die so wie näher dran kommt an dieses nado grau ich finde passt auch richtig zu diesem rs5 nachbau hier also gefällt mir schon richtig gut das ganze ihr könnt mir gerne in die kommentare reinschreiben wie euch die farbe gefällt und ja ob wir das ganze auch mal so gemacht habt ansonsten bin ich erst mal raus kleine sache hätte ich noch falls ihr bock habt mit zu zocken seht ihr schon unten könnte entweder also könnte ein abo da lassen und dann könnt ihr eure psn adresse in die kommentare reinschreiben dann könnt ihr vielleicht beim nächsten juni treffen schon dabei sein also wir suchen auch aktiv mitglieder die bock haben mit zu zocken voraussetzung ist natürlich dass ihr euch benehmen könnt und da keine faxen macht ansonsten bis zum nächsten video ich bin raus ciao bis zum nächsten mal